Und diesen Raum, ich hätte hier auch ganz gerne für immer, also dass es so einen Raum gibt irgendwo, so eine Kraftzentrale, wo man sich hinein begibt und dann neu gespeist wird. Und aufgerichtet. Das ist auch, also aufgerichtet dieses Wort, weil das ja alles sehr erhaben wirkt hier. Und es geht nicht um menschliche Gewänder, überhaupt nicht. Es geht hier um, dass man das Gefühl hat, hier stehen vor uns auch Wesen. Erhabene Wesen, die uns teilhaben lassen an ihrer Energie.